Alrighty Chat, dann lasst uns mal iRacing-Idiots gucken. Hol mich ab. Das ist in Trost, halt. No! Okay. Es geht schon wieder prima los. Es geht schon wieder prima los. Es startet schon wieder brillant. Das könnte Andi gewesen sein. Oha! Was? Moment. Und du denkst halt wirklich so, okay, der unten, der rejoint jetzt und haut die alle aus dem Leben. Aber es ist halt einfach noch ein ganz anderer, der da kommt. Oh, was ein Kack. Oh, oh. Oh! What? Was machen die hier? Huh? Oh! Komplett entsorgt! Einfach komplett entsorgt! Einfach komplett entsorgt mit dem Toyota. Einfach rausgeschoben! Oh, wow! Doch, es ist Ton. Aber das ist immer unterschiedlich laut. Ich mach ein bisschen lauter. Oh, oh. 80 wide? Okay. Oh! Oh! Oh, no! Da könnte man sagen, alle neune. Was war denn seine Emission? Bremse ist nicht! Oh, no! Der rejoin! Oh, oh! 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 Schöne Information Lab! Oh! Rennen einfach gelaufen! Oh Gott, der letzte hat aber richtig... Was machen... Was machen die da? Okay. Moin. War das derselbe? Was macht er denn? Was machst du? Was machst du? Oh, Zebra. Oh, oh. Oh. Komplett deinstalliert. Oh, oh. Oh, oh. Die Flitzezigarren. Oh, no. Oh. Maga, Bremse? Hallo? Nee? Okay. Bremsen? Nee, Bremsen ist nicht. Haben wir? Oh, was denn, Lucky? Also, wie? Okay, der war nicht mehr Lucky. Oh, ich wollte gerade sagen, nice drift. Aber den hat er dann doch nicht mehr gefangen. Zack, auf dem Dach. Ich glaube, der ist vorbei. Uff. Na gut, das sind ja Sachen, die können ja mal passieren, wenn man, wenn man auf einem Bildschirm fährt. Boah, was war denn seine Mission? Was war denn seine Mission? Wo wollte er denn da hin? Da willst du aber auch wirklich kein VR fahren. Da willst du einfach kein VR fahren. Ich glaube, da hat sich jemand dezent verbremst. Das war verbremst, mein Freund. Da auch. Ist das Fefe Cup? Ja, wahrscheinlich, wa? Weil alle Fefe sind. Ja, ist Fefe Cup. Oh, da kommt der Angriff. Warte mal, das ist doch wieder Hockenheim, oder? Ah, das ist Hockenheim. Oh, oh, fast gecatcht. Ah. Ah. Holy moly, was ein Start, Junge. Ah. Ja, da wolltest du, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ich meine, der Start war giga. Oh, oh. Oh, no. Oh, krieg bitte die Kurve. Oh, schade, Mann. Oh, das hätte ich gefeiert, hätte er jetzt die Kurve gekriegt. Oh, oh, oh. Das wäre richtig geil gewesen. Tu auf. Ich hatte keinen Bock gehabt, glaube ich. Nee. Einfach keine Lust gehabt. Okay, der Rad. Also, die Strecke ist auch wirklich nur so breit gewesen. Man hätte auch nicht weiter auseinanderfahren können. Nee, ist Quatsch. Oh, oh. Der ist verschwunden im schwarzen Loch. Zack. Oh, okay. Oh, der trifft ja unten durch. Oh, oh, oh. Der ist da noch durchgekommen. Guck dir das mal an. Oh, oh, oh. Wie geil ist das denn? Oh, der hat sich bestimmt in die Hose gekackt. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nice. Huh. was okay einfach mega gar nicht okay oh red bull livery wir wissen alle was passiert wir wissen alle was passiert red bull livery es ist die red bull livery das kann nicht gut werden das war ja noch um an wie der andere das gleich hinterher auch macht ach scheiße das ist doch ärgerlich war der gut der durchgeflitscht ist hier aber gerade so ich glaube das ist die kurschen ich glaube dass die kurschen das geht aus wie ein andy rennen ja gut da bist du halt auch einfach nur noch im regen bist du auch nur noch mit beifahrer oh oh nö nö da ist vorbei nein wie ärgerlich Ja, da wurde noch ein bisschen was abgebaut. Ja, da wurden einige Bauteile abgebaut von dem Auto. War halt gleich richtig laut. Das habe ich letzte Woche auch mal gesehen. Sah ähnlich aus. Wow, wie er da durchgekommen ist. Gut, da hat irgendwas nicht funktioniert. Oh oh, ich ahne böse. Was war das denn? Warum lenkt er denn noch in den rein? Ja gut, das ist ja auch machen. Also ich glaube, mit dem, ich glaube, mit dem Mazda kannst du nicht wirklich mehr noch großartig bremsen. Also so hart. Okay. das wäre richtig krass gewesen hätte dennoch gefangen aber dann werden wir glaube ich nicht bei rsg die jetzt auf der week das war ein bisschen zu spät auf der bremse was macht ihr das sieht in hockenheim du ich glaube du bist krumm aber er platz gemacht wie kannst du noch leben er gibt sich größte mühe und dann das aber er fährt wollte ich gerade sagen was macht ihr da gibt es keine kurschen einfach am ende noch mal 4x drauf gehauen die gibt es ja auch umsonst oh man ey ey racing idiots of the week ist halt auch einfach jedes mal der burner das gibt mir so viel da sind so viele spirit animals für mich dabei wo ich sage ja da sehe ich mich auch oh man oh 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 Bis zum nächsten Mal.